Tach Leute, ich bin der Elgaming. Willkommen wieder mal zu einem seltenen Spiel, was in der letzten Zeit fast gar nicht mehr kam und zwar Battlefield 4. Ich habe wieder Bock drauf und ich werde hier schon direkt, ich werde hier schon direkt angestoßen, obwohl ich nicht mehr angefangen habe zu spielen. Super, sehr geil, Hammer, toll. Ja, ihr habt in der letzten Zeit natürlich gesehen, es kamen halt wieder ein bisschen, ja, andere Spiele und ich habe mich ein bisschen ausprobiert und hin und her. Aber ich habe mir gedacht, weißt du was, ich habe schon so lange kein Battlefield mehr generell gezockt und aufgenommen, dass ich einfach wieder mal ein bisschen Bock hatte. Ja, ich will auch wieder hin und wieder mal ein bisschen Battlefield zocken, why not? Und ich bin auch voll gespannt auf das neue Battlefield, auf das freue ich mich auch schon sehr. Und ich mag ja eigentlich Ego-Shooter, holy shit, fuck. Aber ja, ihr seht es ja, ich bin einfach nicht gut drin, ich habe es einfach reingesehen, dass ich nicht für Ego-Shooter spielen kann und habe mir gedacht, weißt du was, lass es einfach, mach Sachen, die du besser kannst. Und dann habe ich Spiele gefunden, die ich noch schlechter kann, aber egal, so ist es halt. So, ist schon ein Heiler, ich bin wieder ein Asiate, das ist schon mal gut. Oh, oh, und ich treffe, yes, ich habe einen gekillt. Holy fuck, ich habe einen gekillt. Oh, 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 nein, jo, sag einmal, schleicht dich von hinten, du Schwein. Oh, oh, da hat ein Sniper, da hat ein Sniper. Hinlegen, hinlegen, bei Sniper immer hinlegen und totspielen, das ist am besten, was man machen kann. Nein, nicht ein Defi auspacken, nein, ich brauche, ja, genau, das war die Taste fürs Medikit. Habe ich auch gefunden nach zehn Jahren, das ist schon mal gut. Oh, komm, komm, ich töte dich, ich töte dich, du Lixer. Du Sniper kannst nix, du kannst nix. Okay, du kannst doch was. Ja, mei. Freut euch wieder, dass ein bisschen Battlefield kommt? Hat ihr Bock auf mehr Battlefield? Ja, schreibt mir das natürlich in den Kommentaren. Lasst es mich wissen, dass ihr vielleicht doch wieder mehr Bock habt, auch hin und wieder auf ein bisschen Battlefield, dass ich das mache. Aber ich hatte, das war grad kein Deutsch, aber ist egal, ich bin immer noch ein bisschen, ohpala, ein bisschen kränklich irgendwie. Was los kann doch nicht so schwer sein, diesen Anti-Deutschen rauszuwichsen. Okay, wieder nette Community, da ist meins. Ach, du Schwein, du. Scheiße, 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 scheiße. Schmeiß den Nade, schmeiß den Nade. Weg hier, weg hier, ich lasse den Gegner, weg. Oh, oh, komm, 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 jetzt habe ich hier einen perfekten Platz gefunden, wo ich die jetzt überraschen kann. Oh, da haben wir einen, komm her, da haben wir noch einen. Scheiße, ich treffe einfach nichts, ich treffe einfach nichts, scheiße. Oh, oh, nein, stirb, stirb, was? Oh, ich kann grad hier nicht so rumschauen, es ist mitten in der Nacht, es ist grad drei Uhr nachts. Ich kann hier nicht so viel rumschauen, wie ich gerne würde. Sonst würde ich hier wieder, ja, rumragen und die ganzen Nachbarn hier irgendwie aufwachen. Aufwecken, aufwachen, ja, mein Deutsch ist wieder perfekt, mein Deutsch ist top. Ich könnte Deutschlehrer werden. Oh, oh, yes, hab ihn. Geiler, scheiße, es macht echt Bock wieder, muss ich sagen, es macht Bock. Wenn man irgendwas lange Zeit nicht macht, dann hat man wieder echt Bock drauf irgendwie. Oh, ja, es wurde ja auch geteamed von diesen Wichsern. Top hast du das gemacht, du Wichser, du Arschloch. Ja, das ist, Battlefield und COD sind perfekte Spiele, um Menschen zu beleidigen. Also, wenn ihr gerne Menschen beleidigt und gerne Autos seid, dann spielt Battlefield und COD. Das ist eigentlich das Beste, was ihr machen könnt. Ihr könnt den ganzen Tag rumfluchen und habt immer welche, ja, Leute, die ihr beschimpfen könnt. Das ist schön. So, ich laufe jetzt mal hier in die Mitte rüber. Da ist schon mal, da ist schon mal, da ist schon mal was Lebes. Aber ich trau mich irgendwie nicht, ich trau mich nicht. Aber es macht echt wieder Laune, Menschen zu töten. Hätte ich mir nicht gedacht. Es macht echt Bock, Menschen zu killen. Oh, wenn man denn welche killt, ne, und nicht selber dauernd stirbt. Oh, oh, komm. Hier, Granate, ins Nix, vielleicht treffe ich jemanden. Durch die Tür. Oh, da ist einer. Oh, Mann, wie war der so schnell? Wie kannst du so schnell sein, du Wichser? Meine Fresse. Ich weiß auch gar nicht, welche Waffen ich spielen soll. Ich habe einfach irgendeine Waffe mir jetzt rausgeholt. Ich weiß gar nicht mehr, welche gut waren. Ich weiß nur, dass die ARK gut war, aber die auf Distanz halt nicht so gut war. Ich nehme mal die ARK. Komm, mit ARK habe ich eigentlich am meisten gerissen. Ich habe mir am meisten Bock gemacht, mit der ARK. Und schauen wir mal, ob ich da mit der ARK irgendwas machen kann. Ich glaube nicht, denn die verziert immer so viel. Das weiß ich noch. Die verziert immer. Da musst du Burst. Da musst du Burstfire machen. Oh, oh, oh. Ja, da haben wir es auch schon. Oh, oh, oh. Ich werde angesniped. Von wem? Komm, lebe! Lebe! Mach viele kleine Kinder. Oh, oh. Ich glaube, da war einer. War da einer? Ja, da war einer. Komm, du kriegst eine Granate in your face. Ich glaube, alles ist so klug, hier direkt Hardcore wieder zu spielen, nachdem ich ewig nicht mehr gespielt habe. Ich habe keinen Bock mehr hier. Ich habe ab. Ich flankiere euch. Ich werde euch flankieren. Oh, shit. Ja, der hat das gemerkt, dass ich flankieren möchte. Da ist auch einer gestorben. Warum sterben alle um mir rundherum? Das ist nicht gerade motivierend, wenn alle um dich herum irgendwie draufgehen. Dann hast du dir schon ein bisschen Gedanken, ob ich hier richtig bin. Oh, oh. Weißt du was? Campen funktioniert immer. Wir wissen es ja von der CD-Community. Campen ist immer gut. Oh, oh, oh. Scheiße. Treffen sollte man. Wo steh'n? Wo steh'n? Oh, man. Den billigsten Trick hat er mir gemacht. Und ich habe es nicht gecheckt. Okay, die ARK ist scheiße. Ich habe keinen Bock auf die ARK. Außerdem brauche ich hier auch gar keinen Schalldämpfer. Ist ja hardcore. Ich kenne mich hier gar nicht mehr aus mit dem Spiel. Okay, wisst du was? Ich nehme jetzt Karabiner. Karabiner ist immer gut. Und zwar nehme ich die M36. Die mag ich. Die ist geil. Das ist einmal die Lieblingswaffen. Mit dem werde ich jetzt euch alle erledigen. Alle werde ich jetzt töten damit. Als erstes mich selbst. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Warum ist denn das hier zu überhaupt? Ich will da durch. Ich kann ja nicht durch. Das ist auch behindert. Oh, da habe ich einen gesehen. Wie können diese Wichse so eine gute Reaktion haben? Jetzt mal ohne Scheiß. Wie geht das? Er hat mich kaum gesehen und schon bin ich tot. Ich hasse das. Wir sind auch elite Asiaten unterwegs, wie es aussieht. Überall diese elite Asiaten. Heftig. Oh, oh, oh. Da habe ich was gesehen. Da sehe ich was. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ich bin gar nicht da. Ich bin nicht da. Hau ab. Ah, das ist nur ein Rücklicht vom Auto. Ja, ich bin intelligent. Ich habe gedacht, das ist ein Laser Sight. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Mann, der hat doch halb Leben gehabt, die Sau. Meine Fresse. Ich habe erst gedacht, ich mache noch mal so eine kleine Runde für heute, damit ich wieder gut spielen kann. Aber dann bin ich schnell drauf gekommen. Wisst ihr was? Damit ich wieder gut spielen kann, bräuchte ich eher eine Woche, 24 Stunden am Tag zocken, damit ich wieder halbwegs gut bin. So viel Zeit habe ich nicht. Deswegen müsst ihr euch damit hier zu Recht, äh, ja, wie sagt man das? Zufrieden geben. Genau. Oh, oh. Wenn mich Gegner nicht töten, töte ich mich einfach selber, indem ich irgendwo runterspringe. Das ist auch ein Wahnsinn. Ich bin so geil im Battlefield. Ohne Scheiß. Warum habe ich aufgehört hiermit? Ich bin so geil. Okay, die Runde ist auch gleich wieder vorbei. Das schickt gut. Ich habe gedacht, die geht ein bisschen länger. Dann mache ich dann noch eins. Oh, 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 komm. Niemenschämme. Was soll ich noch drüber machen? Bin mir nicht sicher. Meine Fresse. Ich habe zwei getötet und bin zehnmal gestorben. Ist das gut? Oh, ich lebe. Ich lebe. Dankeschön. Ich habe eine zweite Chance bekommen. Ja, ich werde sie nutzen. Was ist das? Ja, damit. Ja, ich habe sie voll genutzt. Wow. Mich wieder zu beleben ist auch eine Verschwendung von Zeit. Ohne Shit. Komm, ich will noch einen töten. Komm schon. Schon vorbei. Na ja, Leute, ihr wisst Bescheid. Schreibt in den Kommentaren, wenn ihr Bock habt auf mehr Battlefield, dann schreibt Hashtag mehr Battlefield. Dann weiß ich Bescheid, wenn ihr mehr sehen wollt, wie scheiße ich bin. Dann lasst es mich wissen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.